blöd 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 da wird nichts skirmisch dann da werden zwei gegner landen Saki da landet nicht mal einer guck die landet einer landet dort einer landet dort den können wir betöten easy wir machen skirmisch weil ich schon zu Cracker Plane wollte bin ich jetzt Kilometer weit oben ok viel Glück du bist schon längst gelandet ich bin noch nicht gelandet viel glück und ich kann es nicht oft genug erwähnen viel glück brudy ich hab gar nicht, du sollst mal drauf alles was ich habe brauche ich selber so let's go holt mal einen win genau jetzt ist Zeit dafür wie gesagt auf den link klicken dann könnt ihr den Kanal von meinem Bruder kostenlos abonniert wie gesagt talentierter geiler spieler macht echt gute gameplays und geile kills so und echt und echt viele wins ich sehe einen der gleich zu dir stromt ne er geht weg ich höre ihn sogar er benutzt einfach Ballon weil er so lost ist ich bin nochmal auf ihn drauf gesprungen damit er nichts checkt so geil so jetzt holen wir uns erstmal lass erstmal hier so 999 Holz farmen und dann holen wir uns Kugler ok ich schaffe sowas nie doch komm, fahr mal einfach dann schaffst du's das Kugler if you warm and sleep war's Nightbot hat Elmedin für 5 Sekunden blockiert war's Digga Nightbot du bist heftig ne du machst echt Augen Nightbot 5 Sekunden ist doch ok ach was hast du wie kommt der auf einmal auf 5 Sekunden ey Nightbot kann sogar eine Sekunde ausblenden ok Nightbot der kann 0,1 Sekunden abblenden der kann alles egal in welchem Wert Nightbot übernimmt den Chat genau die künstliche Intelligenz wird uns alle töten nigga ist halt nicht so die ist intelligenter als wir digga Boxing rette uns kann man ja auch jederzeit aufstellen wenn man kein Boxing mehr auflässt füllt sich Intelligenz dreht durch ja füllt sich Intelligenz dreht durch ich koch kein Tool wie viele Wins habt ihr in der Season boah keine Ahnung ähm ich werde schon auch sagen nein mal auf die Karte da man hier so ich bin place calm in one second Bruder 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 so wieder da alles gut auch Hilfe ja wo bist du denn warum bist du immer so schnell gibt doch mir ein bisschen Zeit nein ich dachte du wärst online die ganze Zeit deswegen hab ich mit die ganze Zeit geredet gib noch ein bisschen Zeit man die Leute rennen richtig von hier ja scheiße man wenn du einfach mal ein bisschen chillen könntest aber du bist immer am rennen ich weiß nicht wohin ich bin da oben abgleich einen ok pass auf jetzt ja 95er ich hab ein 95er gegeben schaffst ok gut nice hab noch einen ok let's go ok neustart karts und dann easy und jetzt lass chillen ok gib mir Zeit hinzugehen wo wir erstmal hingehen ok ein bisschen Zeit geben du bist immer so Geschwindigkeit er hat dir nur Gegner gebracht ja ja ne wirklich ich wollte gerade ein bisschen chat ein bisschen gesprochen gerade so ein R rasiert hier boh und dann krieg ich auf einmal Gegner des Todes einmal ein bisschen chillen ok ich sag ja deswegen talentierter Krankheitsspieler weil er halt einfach so schnell Gegner tötet und rasiert einfach ich komme da gar nicht hinterher er ist halt echt heftig wirklich er ist wirklich er ist halt ne Maschine ne er ist wirklich ne Maschine deswegen müsst ihr ihn einfach deswegen müsst ihr ihn einfach abonnieren leute genau deswegen er ist voll die Maschine das ist white job bro er ist einfach Maschinen bitte ich schwöre ich geh zum nächsten Mal auf das Bus ich gehe was sony steps ja okay aber dann kommt kein Gegner wenigstens außer wenn du ein Gegner höheres okay dann haus doch ab da bischen da bist du ja ok ok er macht festung er macht festung leute das einzige was ich baue das einzige was ich da baue ist einfach nur zwei wände mehr brauche ich dann nicht er macht direkt festung er macht will er mit lamborghini genauso wie john wick machte genauso wie ich bin abonniert danke jason ihre woher krieg am anfang direkt der smg sogar der monospunkt richtig und ganz schnell kommen dann mit mir geht nicht okay du musst es so machen lasst dann aber lazy laguna doch doch das alles ist hier von hier zu das sogar noch ein jump hat aber da wurde echt viel gefeiert ich glaube da gehe ich lieber nicht hin dass du zu viel freut ich glaube ich die gut zu viel da wurde so viel gebaut ist das mit normalen nicht so viel aber dafür dass das laguna gut ist wurde das schon viel gebaut ich komme ich habe mich nicht wieder gerettet genau das code geht sonst bist du immer der kann dein bruder mich grüßen kannst du mal jason grüßen grüße die station schön dass du eingeschaut hat ich werde noch neun grüßen die da schreiben ich habe ein lmg noch gefunden also unsere runden sind halt immer weißt du so richtig schwierig habe ich so gemerkt weiß nicht wieso aber ist so wir haben immer schwierige runden ja ich bin da ich bin schon längst aber ich bin nur gerade waren das deswegen du bist noch da ganz weit hinten und ich bin schon vorne und ich muss halt aufpassen nicht getötet zu werden weil die gegner echt brutal sind also wird das funktioniert hätte kann das wort unten ich bin nur immer noch oh er hat ihn getötet lol der eine hat mich gerettet aber jetzt will er mich töten ich komme ich schieße ihn ist das nur einer oh mein gott pro player pro player ich renne um mein leben ich komme ich kämpfe das heißt du musst oh mein gott oh mein gott der tötet mich man ich kann nix machen er muss ganz kurz durchhalten ok ich halte durch ok weil ich habe keine shotgun so ist echt schlimm wo ist er denn deswegen wo ich jorden er wird mit drücken ich habe gelandert oh mein gott ich hab ihn wie so auf sie fahren wie die elf ich hab ihn einfach oh mein gott wie ich hier komplett am verkacken bin oder mich grüßen grüßen bf 9 ich grüße nur noch acht leute die das schreit und wie gesagt leute nicht vergessen den kanal von meinem bruder zu abonnieren wie gesagt würde ich sehr freuen talentäter kranker guter spieler seht ihr ja gerade auch hier im stream ja er macht wie gesagt immer geile gameplays geile challenges und haupt jeden tag bist du 34 wins raus zwingen also jetzt kann ich mal meinen mut vorhin auch richtig wie gesagt wenn ihr auf den link klickt dann kommt ihr direkt auf den kanal von meinem bruder ich komme ach so ich habe hängen gleiter ok gut ich habe nicht meinen kugel ich bin jetzt ja bin ich ja ich muss aufpassen weil ich gesnipt wurde muss ich habe noch drei minis für dich nein sollte hinkommen drei leute oh mein gott alles pro player ja ich warte einfach bis die abhauen und dann rettet ich einfach wenn es möglich ist ich warte auf sich ihr seid ihre männer war lange nicht mehr bei dir in live stream ist einfach so wenn dies ja wenn dies wären cool wenn die soll ich bis jetzt nicht gefunden guckt man nach ganz kurz auf 50 sekunden noch nicht mehr viel ich glaube jetzt kannst du los herstellt gut gehen hatte ganz schnell nehmen die ganz schnell und dann geht's oder du gehst jetzt ich hab ich hab das gefühl da ist niemand und niemand ist da da war gerade noch einer ich habe er kommt nicht zurück aber hätte mich nicht gesehen und dass sie sie kann ich auch gleich retten weil ich hier das auto das ist aber auch heiße das ist nur meine farme da ist auch noch mal kommen wir mitkommen 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 habe keine metz und hier ist waffen kommt hier ist waffen aber ich brauche meine metz und munition 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 pump kann da sniper auch sniper hab ich keine nee sniper brauch ich nicht doch nicht warte ich muss mein ganzes inventar wieder so jetzt hab ich meine warte damit solltest du wieder auf dem aus dem bein sein gut so gut das war echt zu viel da waren drei jahre wer ist mein bruder ich würde sagen mein bruder auf jeden fall digga also deswegen müsste ihn auf jeden fall abonnieren digga er hat die abos noch viel viel mehr verdient als ich deswegen auf jeden fall einfach auf sein kanal gehen hier ist der link drückt einfach drauf und dann könnt ihr ihn kostenlos abonnieren wie gesagt er ist jeden tag online und gewinnt drei bis vier mal im live streamen immer im solo mit zehn elfer bombs und sowas also kranker typ kranker typ manchmal acht kills aber sonst sehr oft sind ich ich deswegen mit dem bock das immer am meisten zu spielen weil man weiß man spielt hat einfach mit einem richtig guten spieler so ist ihr und man kann sich einfach auf dich gut verlassen und jetzt habe ich es erst bemerkt die gegner haben einen heavy pump weggenommen die legendäre geile heavy pump wurde mir weggenommen also bei ihm habt ihr eine siegquote von 99,5 prozentiger deswegen bei mir habt ihr eine siegquote von 95 prozentiger deswegen du bist zwar der drohtes kämpfer aber wenn ich am ende lande dann play you in skirmish das siehst du doch ich 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 törtlich törtel umi utrobs war ein törtel 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 wie du einfach riskierst runtergeschossen zu werden ok oh mein gott das ist der 3er spot renn weg renn weg renn weg renn weg rein weg nicht kämpfen nicht kämpfen ja mach ich auch nicht lass dann doch 50 gehen einfach dafür sind wir nicht geschaffen dein let's go ich bin ja aus dem tresor ja wir spielen aus dem tresor kann man mitzocken wenn man mitglied ist dann kann man mit spielen ja so kannst du mal dein bruder fragen ob ich mit ihm zocken darf please du darfst mit ihm zocken wenn du natürlich auch bei seinem kanal mitglied bist kann sie sind er macht das halt genauso wie ich so also er zockt auch mit mitgliedern ok scheiße können lagerfeuer ist auch ich kann machen werden meinen kanal boxen genau genau maxi und schön dass da bis grüß dich schön dass du wieder am start bis sie lange nicht gesehen lang nicht gehört man kann sich leider hier nicht verkehren nee aber hier kann man sich gar nicht mit spielen mit handy wir spielen ja gerade du ja vielleicht hast du ein paar roten mit spielen so ein zwei können wir machen kann man immer machen ja die einen haben high ground gott und die anderen schießen von unten das ist schon interessant ja wir müssen halt gucken was passiert genau nicht schießen guten moment suchen und den leuten in die fresse peitschen wir gucken einfach nur was passiert interessant auf jeden fall wir merken die kämpfen viel nach unten gegangen sie sind nach unten oder nehmen doch nicht schade einer ist da oben gegangen einer ist da oben noch warte mir ist mir da oben scheiße gut runtergefallen boah die kämpfen echt brutal gerade was die sind unten los jaja ich bin näher gekommen deswegen hab ein behindert gelasert und auch getötet genau jetzt sind noch drei die sind alle unten ja ja du musst aufpassen du hast doch vergessen dass die da unten sind so die heilen sich gerade du kriegst hier von mir das und dann kriegst du von mir das und ich baue für dich und du heilt schnell und dann machen wir jumpit und töten die beziehungsweise wir gehen in die zone ist besser so so das ist glaub ich der try approach dort weil die hat nen aimbot so geht nicht mehr ich hab keinen bock ja die haben gleich problem mit der zone wir könnten die gleich holen einfach ein bisschen geduld und dann schießen wir einfach wenn die rauskommen und ich hab noch ein jumpit also können wir immer schnell wegfliegen alles easy ich glaub die sind rausgegangen als wir uns gehirrt haben jaja diesen bei uns ich gehirrt alter einer hat verkackt das ist aber trotzdem ein noch einer ist geflogen ich benutze mein jumpit eine hat kein schild mehr bei mir davon ich hab einen geertet hab einen nice junge ich bin unterwegs okay die gehören nicht zum team die gehören nicht zusammen einer ist solo und der andere ist auch noch solo jetzt beide sind solo bei mir ist einer und bei mir ist auch einer ich hab aber auch nicht viel leben ich hab auch nicht viel mehr ganz ich hab noch einen block oder was pass auf pass auf er ist gut deswegen wir kommen gleich raus 30 Sekunden musst du noch warten eins zwei eins ich habe ihn noch letzter gegner ich habe gewonnen ich habe gewonnen ich habe drei kills leute wir haben es geschafft wir haben es einfach geschafft die leute darf auf jeden fall kostenlos abo gleich da lassen würde mich sehr freundiger wir haben einfach gerade in acht im neuen modus gemacht let's go die wir haben es ehrlich noch geschafft